Ohhhhhhhhhh Hier passiert doch irgendwas wenn ich hingehe, oder? Oh, hier liegt was. Brief... Irgendwas... Kann ich hier jetzt nehmen, ne? Ist das eine Bill? Ja. Ihr fucking took it from me! My gift! Ich will es zurück, du hörst du mich? Ich bringe dich zurück! Drage, wenn ich es muss! Ich werde es richtig machen! Ich versuche, ich werde es richtig machen! Ich werde es richtig machen! Wie hier! Hey Mister, warum stehen sie Kopf? Oh Gott, lass mich raten! Es ändert doch gleich wieder alles und steht gleich alles Kopf! Krieg ich hier auf? Ne, krieg nicht auf! Da ist nichts zum aufmachen! Ich muss doch zu diesem Falschen rum in die Mähde, oder? Und irgendwas passiert doch gleich bestimmt! Was ist das? Muss das eine Spinnenwebe sein? Ich glaube es aber ein Spinnenwebe sein! Da ist meine... ... ... ... ... ... ich weiß nicht ob nach oben eine gute idee ist oder nach unten nein oh 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 da kommt sie ich bewege nicht atmen oh oh moody ist jetzt leider immer öfter da okay das hängt anscheinend also kann ich nix wegschieben hier auch nicht hier auch nicht nur hier wahrscheinlich ja na klar ähm ähm ah ja das ja ja hier ob ab we hier ja ich wein hier 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 Okay, das ist doch das Zimmer, wo er Okay, ich glaube, er hat tatsächlich einfach seinen kompletten Verstand verloren, ne? Mr.? Das ist nicht gut. Da ist auch nichts drinne. Die kann ich nicht zuschieben, okay. Sieht vielversprechend aus, dass da hinten eine Tür offen ist. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to, the only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Ich bin nicht schuldig. Pff, wahrscheinlich beide. Was ist das bist du? Soll das ein Herz gewesen sein? Okay, ich kann hier nichts machen, alles klar. Kann ich die Tür zumachen? Die Tür zumachen? Seht das immer noch so aus. Ne, ja, gut, okay. Steht aber auch nichts, also. Ich würde zieh mich, wenn ich hingehe. Sie springt mich bestimmt gleich an. Im schlimmsten Fall bin ich gleich tot. Hey, ma'am. Bye, ma'am. Mach die Tür bitte zu, danke. Oh, sie ist verschlossen. Oh, da steht sie einfach in dem Raum danach drin. Oh, what the fuck? I mean, natürlich habe ich Spaß, ne? Oh Gott, das ist doch das Studierzimmer. Das kennen wir doch schon. Da waren wir doch schon mal drin. Was passiert hier jetzt, hm? Das läuft so. Das war eine Bursitzung. Naja. Da muss ich jetzt hier bei Alpich... Oh Gott, jetzt muss ich eine Nummer eingeben. Die hier wahrscheinlich irgendwo zu finden ist. Die Frage ist, wo? Bist du eigentlich, Stinkel? Wenn du schon rummeckerst. Drei, sechs, drei. Okay. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn jeder in der Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde, diese Kunstanomalität, sie zeigt Zehntausende von Neonahe, ne? Ein Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bannen. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war, von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen. Übersteigt das Gemälde seiner Abscheulichen. Okay. Raum, stay the same. Nummer drei, vier, sechs, drei, stay the same. Das allerletzte Schöpfer habe ich nie gesehen. Ist auch nicht, ne? Gut, danke. Drei, sechs, drei. Drei. Sechs. Drei. Ist gut, Schatz. Puppies hier. Wo ist das Anomalienbuch? Das ist ja auch... Irgendwie hintergehen, oder? Oder komm jetzt... Ey! Moni! Hey, komm mal hier. Ist gut jetzt. Ja? Schatz? Ist gut. So, irgendwo muss hier ein Buch sein, das anders aussieht als die anderen. So sehe ich es gerade nicht. Oder hat es irgendeinen anderen Auslöser, dass das aufgeht? Du Geisteskranker! So, wo ist das? Oh, hier ist noch ein Lichtschalter. Ähm... Oh, da hinten ist keine Tür mehr. Oh, das ist ja schön. Ähm... Ähm... Okay. Hey! Ist gut jetzt. Hör auf! Haben wir uns verstanden? Hör auf! Leg dich hin, Schatz. Ist doch alles gut. Und... Und... Tschüss. Holy shit. Ist gut, Hans. Ist das okay jetzt? Ja? Ist jetzt auch nicht so okay? Wie weit geht das da eigentlich runter? Ah! Guck mal. 8, 5, 3. 8, 5, 3. 9, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 24, 25, 15, 16, 17, 18,20, 16, 18, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 20, 18, 19, 20. Ah, jetzt sind wir derjenige, der das ja runterschubst, hey? Hallo du creepypuppe. Das löst nichts, das es nie hat, das es nie wird, das es nie wird. Nochmal muss ich das Telefon nicht verwenden, okay, wir werden doch bestimmt jetzt gleich sobald wir um die Ecke gehen von irgendwas runtergeschmissen oder erschreckt, 100 pro, Alter, what the f- Ähm, drei, fünf, vier, ähm. Das Bild ist ein anderes, drei, fünf, vier, drei, fünf, vier, ähm, okay. Das ist ja jetzt doof. Ist der jetzt hinterher? Nicht hinterher. Joana? Ehm. Wee! Water? Oh. Wee!